hallo willkommen wieder mal im schwarzwald nach nordschwarzwald hermann hesse und kalf hermann hesse ist tot einer wanderung an den mummelsee mit mörike vom berge was kommt dort um mitternacht spät mit fackeln so prächtig herunter und einer wanderung mit dem noch lebenden manuel andrack heute auf dem feldberg der höchste berg im schwarzwald 1493,8 meter hoch und hier oben gibt es dieses hotel feldberger hof etwas merkwürdig hier oben wo es eigentlich natur gibt es ist mitten im naturschutzgebiet aber ein buch versöhnt einen etwas mit diesem hotel hier nämlich das hier das ist das buch winteräpfel von heidi knoblich das sie vor zehn jahren geschrieben hat und darin ist die hauptfigur fanny meyer und fanny meyer war wenn man so will die erste hotelmanagerin hier oben 1881 kam sie hier oben auf bitten ihres bruders der pächter des hotels war seine frau lag im sterben nach der geburt des sohnes kindbettfieber sie starb dann auch wenige tage später und der sohn oscar der neffe von fanny meyer wurde dann sozusagen fast so etwas so etwas ähnliches wie ihr ihr sohn später war er skispringer und so weiter und so fort können sie alles nachlesen ist wirklich sehr interessant vor allen dingen weil die geschichte fanny meyers mit dem feldberg hier verbunden ist man muss dazu den feldberg nicht kennen man muss nicht hier gewesen sein es ist einfach eine schöne geschichte und es auch die geschichte des tourismus des skispringens des hotelgewerbes hier oben von apfeltart und 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 erzählt etwas spröde das meine ich aber positiv spröde wie vielleicht auch die gegend hier oben ein stil mit hauptsätzen ein einfacher stil also nichts für leute die so dicke schmöker historische schmöker mögen aber wer sich an diesen stil gewöhnt auch im präsenz geschrieben dem gefällt dieses buch und heidi knoblich ist sprecherin und auch schauspielerin sie inszeniert auch theaterstücke und sie bietet literarische wanderungen an erstaunlicherweise zehn kilometer sind wir gewandert ich hätte es nicht gedacht mit 70 leuten die sich für diese literarische wanderung angemeldet haben hier rund um den feldberg mit einem picknick und mit immer wieder zwischen stops und szenen in denen die geschichte fanny meyers von ihr und anderen schauspiel und teilzeit schauspiel kollegen wie wir gleich hören werden immer wieder erzählt wird und gespielt wird gut gemacht sympathisch gemacht also mir hat es wirklich großen spaß gemacht man wandert also gesagt zehn kilometer geht es rauf und runter über den feldberg man hört noch mal die geschichte und es ist einfach wirklich sehr schön mit dabei übrigens auch zwei esel die auch hier eine besondere funktion haben dazu gibt es noch ein audio interview mit peter bensberg also wären das interessiert also eine menge stoff und ja mit heidi knoblich mit der autorin und sozusagen mit ihren figuren und mit ihren schauspiel kollegen habe ich mich dann nach der wanderung noch unterhalten als fast schon jetzt hier nacht wird auf dem feldberg also viel spaß noch bei diesem gespräch und wie gesagt lesen sie mal dieses buch kommen sie mal um feldberg das alte hotel werden sie leider nicht mehr finden das fanny meyer damals gemanagt hat sondern nur noch das hier hinter mir aber wie gesagt das buch und die geschichte versöhnt sie mit der architektur heidi knoblich die autorin sitzt neben mir die gerade auf der wanderung die fanny meyer verkörpert hat und auch als fanny meyer gesprochen hat fanny meyer in ihren worten ich sage immer so ein bisschen sie war die erste hotel managerin hier vom feldberger hof was ist fanny meyer für sie es ist eine frau wo die devise kann hat man kann alles wenn man will und das stimmt ja eigentlich auch ja wenn man sie verfolgt wirklich mit dem ganzen herz dann schafft man das auch oder was sie auch noch für ihre devise kann hat wo sie dann später älter gewesen ist und kein rot wie mehvertrag hat oder kein kaffee hat sie habe ich gehört wird zu ihrer sagen das musst du jetzt nicht trinken du weißt doch das tut doch nicht gut also das tut dir jetzt nicht gut und dann hat sie immer gesagt zuerst tut mir gut bevor es mir schlecht gut also sie hat das leben schon auch irgendwie genossen sie war sehr bodenständig hatte eine starkes fäbel für das französische deshalb ja auch sie war ich würde sagen die gallionsfigur des fremden verkehrs im schwarz und des skisports denn der ging ja von hier aus im feldberger hof in die ganze ganz mittel europa wer bis auf der geschichte hören will kann ihren roman lesen winteräpfel da ist aber noch schreiben sie auch im anhang einiges erfunden einiges war woher wissen sie denn alles über fanny meyer was sie sowohl auf der wanderung heute erzählt haben als auch im roman eingebaut haben das sind viele jahre der recherche muss ich dazu sagen also was im buch steht diese liebesgeschichte die habe ich erfunden eben wegen diesen dieses fabels für die für das französische aber was im hintergrund spielt das ist alles recherchiert also die entstehung des fremden verkehrs wir ganz für den ganzen schwarzwald die entstehung des skisports für ganz mittel europa das stimmt alles also die geschichten im hintergrund stimmen alle aber ich habe gedacht hier oben wo sieben monate nur winter und fünf monate keinen sommer gab da braucht sie dringend einen franzosen ja um auf ihre frage zurückzukommen das ist eine komische geschichte die die lebensgeschichte der fanny meyer ist an mich herangetragen worden das war natürlich noch wie man im schwarzwälder bei schwarzwäldern sagt magre geiß ich musste die noch sehr stark auffleichen aber alles mit authentischen geschichten mit anekdoten ich habe mich viel unterhalten mit leuten die auf dem feldberger hof waren also angetragen wurde mir die geschichte von oskerlis enkel der leider vor ein paar jahren verstorben ist thomas lexer er hat mir das eigentlich so ans herz gelegt nach sagt da musst du was draus machen denn die war so ein bisschen video und ich habe da wirklich ein paar parallelen gesehen und das war auch der grund aufzuspringen auf diese geschichte ist ja so ein bisschen netter in ihrem roman als sie in welchheit war hat sie wissen so mit harter hand das regimen hier abgeführt naja die mädchen waren alle glücklich hier oben zwar eine ihre hier oben arbeiten zu dürfen sie hatten keine andere wahl der entweder in einen haushalt zu gehen oder in der fabrik zu arbeiten und sie haben ihr ja mutter gesagt mutter also sie war sehr gebildet sie hatte auch viel nicht nur geistesbildung sie hatte auch herzensbildung und das haben die mädchen 120 mädchen haben das gespürt und haben sie mutter genannt ich weiß nicht sie war schon ein bisschen streng sie hatte hohe ideale aber sie war auch herzensgut also bei ihr gab es theater musik und tanz und sie hat auch für viele feldberger hof mädchen die aussteuer gezahlt nun haben sie aus dem buch es gab glaube ich haben sie jetzt während der wanderung erwähnt glaube ich sogar noch irgendwie eine schon mal eine dramatisierte fassung und aber es gibt das buch seit zehn jahren 2003 zum ersten mal und nun seit ich glaube zwei jahren diese wanderung und dann kommen die personen ins spiel die hier sonst noch so sitzen und die zwei esel die irgendwo grasen wie kam es zu dieser idee ja also ursprünglich habe ich aus diesem stoff ja das große freilichtspiel geschrieben fanny das wurde 2002 im jostal aufgeführt von den jostaler freilichtspielen war sehr erfolgreich immer ausverkauft ihm 800 leute jeden abend und dann dieses dieser roman und dann habe ich ein hörspiel draus gemacht für den swr und dann habe ich gedacht ich werde so viel angesprochen auf die fanny und wenn wir das dann wieder spielen und das ist fast unmachbar so ein freilichtspiel noch mal auf die bühne zu bringen und da habe ich gedacht so ein bisschen abgespeckt ein bisschen die leute die sich da dafür interessieren und die mich immer wieder darauf ansprechen ach wir machen so eine wanderung so eine führung denn es ist wirklich noch nicht bekannt wer das jetzt in der schweiz passiert oder in österreich oder in bayern wüsste die ganze welt hier hat der skisport für ganz mittel europa bekommen das ist so richtig typisch für die schwarzwälder das ist es nicht erzählen immer dieses understatement aber ich finde es gehört erzählt ich wollte von anfang an dass die jungen skifahrer und snowboarder am feldberg wissen wo eigentlich bei ihnen das alles angefangen hat und fanny meyer hat eigentlich keiner mehr gekannt und jetzt strahlt sie doch wie ein heller stern ich frage jetzt mal also wir haben ich muss gestehen ich kenne nicht mal ihren richtigen namen ist nicht parat aber ich weiß hier haben wir mit mr purdy und wir haben mal james purdy chocolate and biscuit london das habe ich jetzt auch schon mitbekommen sagen sie mal ihren richtigen namen mein name ist egon clauser auf der einen seite und hier haben wir noch die madame brosi und ihr name ist im wahren leben sie beide sind sie hauptberuflich schauspieler fragt man also nicht 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 ich schon okay was was reizt sie hier mitzumachen ja es ist mal eine ganz andere art von theater es ist mit einer wanderung verbunden es ist in der natur das heißt wir haben kein bühnenbild wir nehmen die natur das ist unser bühnenbild also von dem her fand ich schon sehr verlockend ich finde die geschichte interessant also kann sie mich nicht lange bitten kann sie kannten sie fanny meyer mein sie kommen jetzt ja nicht ganz aus der regio kommen glaube ich aus basel genau also ich habe das buch gelesen ja also das habe ich ziemlich schnell durchgelesen gehabt und ich fand es reizvoll einfach am richtigen ort am authentischen ort da eine geschichte aufzuführen ach und wissen sie was nächstes jahr wird der feldbergerhof 150 jahre alt und in drei jahren feiern wir 125 jahre skisport also entstehung des skisports hier auf dem feldbergerhof spricht die geschichte kann 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 mehrfach verwendet werden ja es bietet sich geradezu an den menschen zu erzählen hallo bei uns schwarzwelt und ich bin so stolz darauf auch dass der deutsche skiverband dadurch entstanden ist und dass die internationalen skiregeln noch heute gelten die regeln die sie hier am feldbergerhof aufgestellt haben die gelten heute noch international das finde ich spannend ja doch ich bin schon irgendwie so berührt von der ganzen geschichte und ein bisschen stolz auch drauf so dass das die schwarzwälder das alles zustande gebracht haben dass alles von hier ausgegangen ist und für sie ist fanni meyer jetzt auch so präsenter ich habe damals das das stück im jostal gesehen dieses freilichtstück und ich war da sehr sehr begeistert davon und wie mich die heidi knoblich dann gefragt hat mensch wird mitmachen und ist ja nur ein kleiner spaziergang das ist natürlich viereinhalb stunde dann dauert und fast zehn kilometer fast zehn kilometer aber es tut immer wieder gut am anfang denkt man dann immer oh gott warum machen machen wir sowas mit aber gut zur figur fanni meyer natürlich aufgrund ich habe den roman dann auch gelesen und hier erfährt man ja auch noch ein paar neue geschichten da kenne ich jetzt die fanni meyer schon etwas besser ich habe sie leider nicht mehr gekannt aber steht ja hinten drin im roman als fanni meyer 1933 zu weihnachten kurz vor ihrem tod einen radiogerät geschenkt bekam stellte sie zuallererst den französischen sender ein also das liegt sehr sehr nah also ich danke und ich denke sollte man lesen diesen roman man kann ihn also auch wandern also wenn dann steht auf heidi knoblich.de wenn man hier mit wandern will und sie haben zumindest bewiesen dass sie sozusagen auch eine autorin sind die die figuren bewegen kann und alles wenn man will die schauspiel oder oder teilzeit schauspiel kollegen zum wandern bewegen kann und wir halten uns gleich noch kurz mit dem herrn ganz außen über esel aber ich danke ihnen jetzt zumindest mal vielen dank